Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Fordstor Rahnbrock, Iburger Straße in Osnabrück, Nordwestdeutschlands größte Ford-Ausstellung. Frankfurt kommt nach Osnabrück mit einem riesen Auf, mit einer breiten Brust, aber so schlecht waren wir auch nicht in den letzten drei Spielen. Wir wissen, dass es hier zu Hause bei uns für jede Mannschaft schwierig ist und durch die Art und Weise, wie wir spielen, wie wir als Team kompakt auftreten, wir uns alle Chancen auf den Sieg auch offen halten. Ja, ich denke, dass es jetzt auch gegen den FSV Frankfurt, der klar mit einer starken Serie jetzt im Rücken zu uns kommt, wichtig ist, dass wir unser Spiel weiterentwickeln und weiter auch durchziehen, uns auf uns selbst konzentrieren und von unseren Stärken überzeugt sind. Letzte Woche haben wir halt zwei blöde Fehler gegen den Ball gemacht, die auch zum Torchancen geführt haben von Halle. Diese Fehler müssen wir abstellen. Natürlich ist es nicht einfach, einen Gegner komplett auszuschalten. Also, dass Torchancen im Spiel entstehen, das ist halt normal. Die Qualität der Torchancen ist für mich entscheidend. Aber wie es dann auch so ist, wie man es in der Liga sieht, ist es bei allen Mannschaften irgendwo so, dass Spiele gewonnen werden, Spiele verloren werden. Und ja, dann wollen wir sehen, wer am Samstag mit dem erhobenen Hauptthil vom Platz ist. Du bist jetzt zum VfL gekommen, wurdest zunächst auf die rechte Außenverteidigerposition gesetzt. Mittlerweile spielst du in der Innenverteidigung. Auf welcher Position fühlst du dich auch selber wohler? Also, ich fühle mich auf beiden Positionen wohl, als Innenverteidiger, als auch auf der rechten Außenverteidigerposition. Letztendlich gefällt es mir jetzt aktuell in der Innenverteidigung. Ich bin alt genug, um Verantwortung zu übernehmen. Ich habe das durch die Erfahrung, die ich jetzt mitbringe, denke ich auch irgendwo in meiner DNA jetzt, dass ich eine Mannschaft, die dann auch ein Stück weit jüngere Spieler, als sie mich selbst jetzt auf den Platz bringt, auch irgendwo führen und zusammenhalten muss und auch will. Von dem her fühle ich mich da gut aufgehoben in der Innenverteidigung, in der zentralen Rolle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017